Große Lok-Schau in Klauchau. Hallo Modellbahnfreunde, willkommen bei Phantasie. In diesem Wochenende bin ich in Klauchau eingeladen bei dem IG Traditions-Lok-Verein. Moment, jetzt muss ich kurz nachgucken. 58, 30, 47. Und ich bin hier dazu eingeladen, dieses Wochenende ein bisschen zu begleiten, mir so einen Eindruck von den ganzen Events hier zu verschaffen, auch so ein bisschen die Loks anzuschauen, ein bisschen in die Loks hineinzuklettern. Das macht mir natürlich riesen Spaß. Und ich wünsche euch ebenso viel Spaß wie mir. Und ich zeige euch jetzt ein paar Impressionen von diesem schönen Event hier. ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Faktorietempern Das war's für heute. Das war's für heute. Danke. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, auch Teil der Ausstellung sind hier diese IFA W50. Und ich glaube, das hier ist ein Deutsch. Das war's für heute. Jui-Chen ist wieder unterwegs. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Hier sieht man den Simulator, so den Stand, den Führerstand. Und da kann man so ein bisschen trainieren. Jawoll, prima. Ja, das war's für heute. 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 Ja. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's sogar mit Fahrwerksbeleuchtung. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.